Bücher, Bücher, hunderttausend Bücher, na komm, Herr Professor, wir wollen doch nach Starrasen gehen. Aristoteles, Empedokles, Aeneas, Paminides und Nicomachus, die Junge des Antiochus, meinen Niedes, schon bei Griechen spürt mir die Weisheit der Griechen. Wadelser, Magdalene, Augustinus, Tacitus, Nibullum, Plato, Gelegrinus und Lachinus, César, Cicero und Cato, schon beim Kasten wird man zum Enthusiasten. Er hält sich gefragt. Dabei kachelt sich der müde Geist lang reine Denken lagen, aber wenn der Otto Hegel fest fand den Weg, es kamen Leute tiefsten auf Papier geguckt und alles erstes kamen. Jeder ordentlich ist vorhin, man kommt ein Leben ohne Bücher, werdet auch auf die Höhle, nicht mehr so viel Zeit, Herr Professor. Es wird bald Dose gehen! Sarah! Saga! Ach, du bist es! Gott sei Dank, du lenkst. Keine Angst ist mir nicht da. Dir wird nichts geschehen, ich werde dich befreien. Höflich ist das nicht, schließlich bin ich eine Dame. Nichts zu überraschen, wenn ich bade, ist nicht wein. Saga, sag mir, wie's dir geht. Hat er dich verletzt? Komm ich schon zu spät. Heute Nacht ist Tag. Du musst mit mir fliehen. Röp mich, wie ich tanze. Bleib nicht hier. Wie viel ist dir sagen? Bald wird es dunkel. Willst du mein Körper? Flieh, ich beschwör dich. Wie gefäll ich dir mein Kleid für den Bad? Die errauschige, prächtige Sorte. Wunderschön, wunderschön, bleib ich in Gefahr. Wenn Papa kommt mit ihr, mit Mane. Wir müssen fort. Wärst du nicht gern dabei? Die Zeit läuft ab. Wie im Tag ist ab, ich frag. Ich beschwör dich, komm mit. Aber ich würde mal. Begreif doch, ich mein's gut mit dir. Der Kraft hat und der Blut spiel. Willst du denn nicht mehr nach Haus? Dreh dich jetzt um, ich komm raus. Oh, 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 oh. Hätten sie es abschrieben für den Rest begleiten und verraten. Zu dem Ranken müssen wir das Leben schreiben. Alle Biete sind garant für den Kornschirm. Die Wettbewerb-Kultur. Hast du dir das gewerkt, mein Junge? Was wollen wir jetzt tun? Auf jede Frage dieser Welt gibt es Antwort in einem Buch. In einem Buch? Ja, ja. Aber in welchem? Naja, man beginnt bei... Jesus, ich bin in einem Buch. Sie gestern sich die Tumorin. Ah, ah. Ratgeber, für Liebte. Wie man mein Herz gewinnt. Wenn Liebe in dir ist, dann klingt aus dir Musik. Wenn dein Moment hier ist, dann spricht für dich dein Weg. Und der Mensch, den du magst, versteht, was du sagst. Und wärst du auch still, dein Herz verrät, dass Liebe in dir ist, die nicht mehr schweigen will. Manchmal sagt ein Kuss mehr als tausend Rund. Ach so. Sarah? Oh, Entschuldigung, braun! Ich möchte mit dir reden. Vater ist ganz begeistert von dir. Ich finde, wir sollten... Freunde werden. Aber ich muss noch... Du musst zu mir nett sein. Ich will nicht verstehen. Was macht dich so nass? Bist du krank? Mir geht's gut. Vielen Dank. Aber nein, du hast lieber mein Freund. Du solltest im Bett sein. Nein. Nein. Was muss ich sehen? Du zitterst vor Angst, Mosch. Nein, ich zittere nie. Aber ja, du bist ängstlich mein Freund. Wenn man hört, gibt's einen Walden. Du hast eine süße... Oh, ein Bein! Und deine Augen, die Augen, die immer so zart wie Fellen aus purem Gold. Ja! Heute Nacht ist bald. Ich lade dich ein. Weinend Musik und Kerzenschein. Das wird gigantisch, romantisch. Mit dir im Arm werde ich im siebten Himmel sein. Das wird gigantisch. Das war's für mich. Die Augen, die Augen, die zehn Jahre altruhig machen als Nacht. Sag mal, was siehst du? Ein Buch, Gedichte, so, wie ich schon wusste es hier, siehst du, du bist verliebt, oh, das ist so etwas wie, auch ich fühl der Lied, nur noch mal den Wink, ja, ich liebe dich, wenn Liebe in mir ist, dann kann ich mich nicht. Ja, siehst du, du bist, dann kann ich mich nicht. Ja, ich bin gelogen, ich bin gelogen, du bist, dann kann ich mich nicht. Also, ich muss mich schon sehr wundern. Hast du ihn provoziert, oder was? Ach, ich provoziert überhaupt nicht. Es ist von der Verleihung gekommen. Nein, ah, schon schon. Geh auf zu den Zitteln! Wuh!